Lass winken nochmal mit der Hand so raus, das ist zwar klasse, ja, aber die Augen, die Augen, ja, machen wir hintereinander, macht ihr. Ich bin aber gar nicht fertig, so haben wir eine ordentliche Maske, ich habe ein paar Freunde, ich bin immer für Porträse, wo irgendwie gleich das Aufenzwinkern zu meinem Charakter ist, wo so eine Idee, eine kleine ist, sowas hier, aber... Okay, sind sie? Das ist unfair. Was ist das?